Ich denke, wir können uns wenig vorwerfen, bis auf natürlich die Chancenverwertung dann. Ich glaube, wir haben hier ein sehr gutes Spiel gezeigt und haben viel Druck gemacht auf das gegnerische Tor, haben uns auch viele Chancen herausgespielt und können im Prinzip mit der Art und Weise sehr zufrieden sein, aber natürlich nicht mit dem Ergebnis. Zum Anschauen war es sicherlich cool, es hat sich auch auf dem Platz zu spielen gut angefühlt, aber je länger das Spiel jetzt aus ist, desto unzufriedener bin ich mit dem Ergebnis. Und da haben wir natürlich auch eigene Aktien drin. Wer so viele Torchancen braucht, um nur ein Tor zu schießen, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. tightly wurden für zweiter battle auf Anja. Got it?! One hundred! Die National acted previous! Thanks Daniel! Laureceleta! Ich denke, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben viele Chancen gehabt, aber am Ende haben wir kein Tor gemacht, aber wir haben mehr Chancen gehabt. Ich denke, dass wir technischerweise ein gutes Spiel gemacht haben, aber mit einem Punkt sind wir nicht zufrieden. Wir freuen uns auf die englischen Wochen. Ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass wir so einen guten und breiten Kader haben. Da wird auch der eine oder andere Spieler dann mehr zu seinen Minuten kommen, das natürlich wichtig ist für uns als Mannschaft. Es geht jetzt darum, jetzt gehen die englischen Wochen los, dass wir diese gute Art und Weise, wie wir aktuell auf dem Platz stehen als Team, dass wir das weiter fortführen und somit uns Freude bereiten, aber natürlich auch den Zuschauern. Vor allem, wenn das Stadion heute so wie das heute mit dabei war, da wollen wir natürlich auch gerne weiter gewinnen. Jetzt haben wir nicht gewonnen und deswegen haben wir Arbeit vor uns.